und jetzt holen wir uns nämlich haben wir eigentlich oder habe ich die schon mitgenommen wir haben jungle slabs geil und ich wollte eigentlich bevor mich die blöden pillager unterbrochen haben die piller männer ich könnte hier eigentlich auch ein hin pflanzen und hier eigentlich auch ich sollte es damit nicht übertreiben sonst wachsen die aneinander und da müssen wir die alle umhauen ja ich wusste doch dass da noch ein paar sind ich habe hunger lass mich einmal was essen kollege kollege schnürschow bist du so kollege schnürschow wo ist er denn wo ist er denn mr h es scheinen mehrere zu sein wo sind die denn sitzen die in den bäumen ich komme zeigt euch ihr schurken zeigt euch in aller eurer hässlichkeit da soviel zum thema h mehr ein einziger vogel er zu viel lärm gemacht für zwei na geil habe ich den setzling jetzt gepflanzt ja ich dachte schon da bewegt sich schon wieder was alter na wie gesagt kann der beste nicht in frieden leben wenn es dem bösen nachbarn nicht gefällt und was ich dann ganz gerne mal tun würde also eigentlich könnten wir hier auch so eine art terrasse machen oder nicht nur so eine art weil hier ist ja so ein richtiger knödel hier bräuchten wir ja eigentlich noch ein bisschen was anzubauen da hätten wir da so ein ärger ich mag das wort ärger weil ich so eine nase habe das darf aber nur ich sagen also dann war es nicht so katz sandstorm na kein wunder dass das inventar voll ist wenn ich hier einzel blöcke drin habe und dann denke ich mich einfach mal raus digger alter nur um diejenigen zu ärgern die das ärgert wenn ich jugendwörter oder jugend sprach verwende ich darf das weil ich so ein jugendlicher typ bin wer lacht da besser nicht kollege so das publikum ja das tut er immer das ist so eine angewohnheit weißt du da es hat was mit dem publikum zu tun und übrigens publikum vom kommt vom pub ich bin frech ich darf das so das war hier ja wie gesagt hat hier kommt sowieso raus ich wollte schon mal so als versprechen an die zukunft an die mächtige schon mal ein dächlein basteln so soll das nämlich werden dann später und ihr seht manche dinge die später werden sollen werden auch gleich naja ich müsste übrigens so ab und zu mal in die monster falle schauen ob da unter umständen sich was ansammelt weil ich nicht weiß ich bin ja nicht so der der sache schon superfriedi in sachen wie groß ist ein schank jahr 32 blöcke aber wer weiß schon aus dem kopf heraus wie groß 32 blöcke sind ich würde gerne haben wir natürlich nicht aber wir können die nach bedarf machen also so nach bedarf bedarf was ja genau die falschen machte ich doch lächerlich cut send stone wo ist der schüsselt jetzt hin schüsselt cut und normal 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 normaler was da schon wieder ist die liebe nacht bricht mal wieder herein zur tür also wenn mir die nacht in die wohnung bürgelt von draußen so weißt du das fenster wieder albern über eine stunde aufgenommen zeit fliegt heute ja hoffentlich tut sie sich nicht weh ja ich würde sagen alle zwei was was hat er jetzt vor warte mein kind du wirst es gleich erfahren ja mein kind er hat mir letztens mal wieder irgendwie ein paar alte sachen otto gegeben ich muss sagen dass man so früher alles geil gefunden hat jetzt wenn mich jetzt nämlich die leute hassen was du findest dort nicht geil für seine zeit war er toll wahrlich wahrlich ein gigant aber so wie mit der bully parade ich habe neulich irgendwo auf youtube eine sammlung gefunden von sämtlichen folgen der bully parade und bei den meisten dingen muss ich aber nur denken die witze sind ja noch schlechter als meine eigenen das ist ja also es gab schon eine evolution des humors das einzige wo ich wirklich noch drüber lachen kann wenn ich wirklich unbeschränkt immer noch unterstütze und sagen kann geil ist zum beispiel lorio 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 oder heinz erhard unvergessen und geil 1 erhard geht nichts drüber also rtl samstag nacht das habe ich früher darüber gelacht also brommeltremse kentucky schreit ficken konnte ich mal so drüber lachen ja dann was ist dann passiert was ist mit dir passiert sony was ist passiert was ist geschehen was hatte ich bloß so ruiniert dass wir diesen großartigen humor nicht mehr als solchen empfindest ich habe auch keine ahnung freund freundin gott ich bin hier am dauerlust ist unglaublich das und kaffee ist alle erneutig habe ich es doch tatsächlich geschafft und habe mich an einer großen taste kaffee also ihr müsst dazu wissen dieses hier ist ein dreiviertel liter und ich habe leider nur eine kanne zu machen für einen halben liter neulich habe ich mich an dem halben liter tatsächlich drücken in england zwei stunden lang festgehalten da war es zum schluss so eiskalt dass ich selber was zum eisblock geworden bin als ich ihn getrunken habe ist natürlich jetzt scherz nein also dass ich so lange gebraucht habe um den zu trinken ja das ist wahr jetzt bin ich mich jetzt bin ich mich am überlegen wie mache ich das also ja weil nein kein cut sensor wo ist der schüssel ist da war ja irgendwie geil aber hölle ist der gealtert ich war so ein bisschen erschrocken ich will hier erst mal nur so eine so eine so ein provisorium haben das ist eigentlich gar nicht gut alles hier diese ganze ecke hier ist eigentlich komplett für einen fötter weil das wird so nix ja gut wir könnten das so machen ja wenn man so mit der natur baut das habe ich neulich schon habe ich das auch hier erklärt eigentlich hauptsächlich in england weil ich dort ja die wüsten festung so aus dem stein gemeißelt habe ja das ist das doch und jetzt ist da auch noch hank castle wo ich auch ein berg zu einer burg umbaue quasi und wenn du so mit der natur arbeit ist also quasi die natürliche bergform nimmst und die dann in eine burg umwandelt dann hast du eigentlich keine chance dass irgendetwas nicht koupetris wird das mal hier versteht knickknack ich werde hier noch wahnsinnig das bist du schon sony das bist du schon ja dankeschön da muss ich mich ja auch nicht mehr verstellen dann ist ja auch alles gut überhaupt alles ist gut wunderbar also diese tür hier die wir sowieso nicht loswerden können auf andere art und weise geben wir mal das bett wieder sonst gibt es wieder krieg mit mir selbst alter diese fliegen ich frage mich auch was die stehen ja eigentlich auf süßes und so weiter ach ja auch auf vergammeltes schnause wie der franzose sagen würde ich war neulich mal wieder beim arzt und der guckte sich halt dann so meine gesamte funktionalität an und meinte halt so von wegen also er ist auch schon ein bisschen älter also er steht kurz vor der rente und er meinte so ja sie haben sich aber wirklich gut gehalten also so von der fitness her und so weiter und ich meinte so naja zu viel der güte und all das und da meinte er so was hier so manchmal bei mir an 20 jährigen so in den 20ern oder so aufschlägt da fragt man sich wirklich ob die die nächste woche überleben ja komisch ich tue nichts dafür ne ich tue wirklich nichts dafür ich mache keinen sport ja und seit ihr mein fahrrad kaputt ist mache ich nicht mal meine tollen fahrradtouren mehr ja aber trotzdem na gut ich habe ein bisschen zugelegt das ist sehr zum leidwesen meiner freundin die das auch nicht toll findet schöne grüße hier mal an sie falls sie tatsächlich mal wieder eine folge guckt ja ich finde das auch nicht gut und ich gelobe besser so es wird zeit ich habe jetzt hoffentlich nicht so doll ins mikrofon gepustet gespuckt dass der pegel ins unermessliche gegangen ist diese stiegen hier sind so viele jetzt nicht sind eigentlich nur zwei und da ist noch eine dritte alter ich war selber daran schuld dass die jetzt wieder aufgetaucht sind weil einmal aber nicht irgendwelches billigeres holz hier als ausgerechnet das gute tropenholz und wir sollten sowieso welche unten in der kiste sind ein bisschen aufpassen 0, nichts ist mal nacht aber auch noch tropenholz ich sollte mal ein bisschen tropenholz ablegen auch wenn möglich also im ihr seht ja hier na ja schöner traum ist es hier sind auch tropenholz slabs ich sollte die allerdings nicht einstecken jetzt schnau seehundi ihr nervt jetzt erstmal ganz gewaltig erhalten flohbusse o'clock sie hier haben wir noch spruce planks da könnten erstmal eine von bauen eine was eine truhe eine truhe nicht ein block holz vögelchen sagte er zu sich selbst und musste ein wenig grinsen ja was haben wir denn noch hier sind auch noch dschungel planks eine einzelne habe ich jetzt die 1 ich habe da eben die einzelne rein gepackt ich bin jetzt momentan gerade ein wenig verwirrt oak planks warum haben wir so viele oak planks ach so weil ich da hinten irgendwie den wahnsinn hatte dass ich daraus eine treppe bauen wollte ja stimmt ja wir können eigentlich gleich auch weißt du ja das wird eh ja 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 das ist richtig so so und jetzt werden wir gleich erstmal umschichten damit hier mal dieses dieses elend aufhört das habe ich eben schon wieder aufgehoben ich habe keine ahnung ach das steht ja mein crafting tisch noch um ja super wenn du solche dinge weitermachst kommen wir hier kein stück weit dann fällt das dünn aufs gerechte weiste aber die machen wir so rum ich werde von der seite eher gucken werden warte mal nicht gut gar nicht gut so kriegen wir die truhe nämlich niemals geöffnet und wenn ich wo ist denn meine verdammte axt da ist die verdammte axt warte mal warum habe ich da überhaupt noch andere slabs und runter gesetzt das war doch genau abgemessen ja fast ich vielleicht auch gefragt und gestaunt so ich dachte schon müssen jetzt den ganzen raum noch einen runter setzen das wäre einigermaßen wie das so unsere ersten truhen das ist die truman show die truhen show mach kein scheuß ich würde sagen wir haben hier eine menge holz so viel holz vor der hütten wenn der mal neu wäre ich mache das hier oben erstmal ich mache das sonst normalerweise so dass ich die dirt und stein chests irgendwie halt nah beieinander habe aber hier mache ich das jetzt mal anders sonst kommen wir hier niemals auf den grünen zweig oder auch auf den blauen alter ich habe es dir doch gesagt aufpassen ich wünsche mir in minecraft so etwas wie eine alarm clock voluntary exile das habe ich schon vorher gehabt oder schon vorher und jetzt frage ich mich also ich frage mich jetzt erstmal ist hier irgendwas das böse ist außer meinen hunden nein ihr seid ja nicht böse ihr seid ja ganz brav ganz lieb erstmal den ganzen dirt soweit möglich was könnten wir dafür denn mal ablegen warum ist das hier so auseinandergerissen weil ich ständig daneben klicke wahrscheinlich sandstone schüssel sandstone gott sandstone ja das macht es jetzt auch nicht besser gut schlecht jungle lock also hier ja doch da jungle locks auch noch raus erstmal so woher kommt bloß der ganze dirt ihr glaubt nicht wirklich dass ich das nicht weiß wo das herkommt nein glaub ich nicht wir sollten öfter nach oben gehen ich kann mir hinterher nur noch holz raus holen wenn ich es brauche habe ich jetzt nur gerade zu mir selbst gesagt und dort und dort und dort ich glaube ich muss gleich alleine mal eine pause machen um ein paar fliegen zu erschlagen Peter würde mich hassen wer ist Peter nein auch nicht neu nicht wirklich aha ja ja da haben wir ihn wieder ja ne also humor äh ist wohl irgendwie reifer geworden in den letzten jahren obwohl ich mich manchmal frage also ich kann mich ja auch jetzt nicht ich kann mich jetzt auch irren ganz gewaltig weil irren weil ähm ich guck ja kein fernsehen mehr ich krieg nur ab und zu mal was mit wenn ich irgendwie bei freunden zu besuch bin und da läuft die klapperkiste wieder und ich sag kurz darauf mach den scheiß aus kann tatsächlich passieren also wenn du ein fernsehfan bist lad mich niemals zu dir ein also ich kann es ja nicht verstehen vor allen dingen diese haushalte wo wirklich 24 7 naja jetzt habe ich das coolte schwert eingepackt warum das denn ähm wo wirklich 24 7 der Mistkasten läuft und du ganz einfach nur denkst davon würde ich doch im Endeffekt voll das Loch im Hirn bekommen im Gehirn und wenn du dann mitkriegst was da für ein Scheiß läuft ne also wirklich äh da fragst du dich dann äh bitteschön warum sollte man bei aller Liebe äh und bei allem Verschändnis für vielleicht unterschiedliche ähm unterschiedlichen Geschmack in Sachen Unterhaltung warum sollte man possibly überhaupt ähm irgendwie äh warum ist denn hier Gravel drin da hab ich den auch rausgenommen ja natürlich hast du das irgendwann hast du daneben geklickt ich brauche halt wirklich eine Brille Freundin hat recht ich will nicht ähm auf jeden Fall ne da fragt man sich warum auch bei größter äh größtem Verständnis das man aufbringen kann warum sollte man sich sowas anschauen ne er schließt sich mir nicht und das war ein wie wie ihr das war dann wir die